Jetzt schauen wir uns unseren Split Squat an. Split Squat ist nichts anderes als ein Ausfallschritt im Endeffekt. Bloß, dass wir damit uns nicht fortbewegen, sondern Split Squat gehen rauf und runter in unserer Position. Das heißt, ein Bein kommt vorne, mein Gewicht ist fast nur auf dem vorderen Bein, das hintere Bein ist nur zur Stabilisation dort. Das, wenn ich jetzt hinunterschiebe, rotiert meine Hüfte wieder leicht, gehe hinunter, jetzt kommt mein Squat Pattern, mein Kniegelenk bleibt fast über dem Sprunggelenk. Von hier drücke ich mich wieder rauf und runter. Das heißt, ich halte meinen Schwerpunkt über dem vorderen Bein und gehe hier rauf und runter. Was wir nicht machen wollen, ist das Knie nach vorne schieben und zurückschieben. Das wollen wir nicht machen, sondern mein Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Ich habe gefühlt, drücke ich mehr Gewicht in meine Ferse hinein und in meinen Großzehenbein von dem vorderen Fuß, da ich merke, dass meine hintere Oberschenkelmuskulatur mitarbeitet und meine Innenseite vom Oberschenkel. Ausprobieren!